und da ist kein mal gefallen und nicht mal in den besten spielern jetzt neue teams ja 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 und grüner rasen jetzt musst du dir pfandflaschen sammeln so damit damit herzlich willkommen hier zum spiel mit dem feuerball welche fußballmannschaft hat als farben blau schwarz und welche hat rot schwarz einmal glp und du kennst die doch alle blau schwarz hat das jemand ich weiß nur was schwarz ja nein schalke hat blau weiß ich weiß nur wer gut ich glaube nicht gibt es glaube ich nix nix also ich bleib hinten ja ja und wer ist schwarz rot also hallo zum spiel fc ingolstadt gegen fc german let's play du kannst offenbar nichts herr fifa spieler doch ich kann was also maximale punktzahl ist jetzt 20 ja die haben schwarz rot wer hat schwarz rot ja das haben wir auch nicht in frage gestellt danke sonst glaubt ja das wusste ich auch aber ich habe jetzt nicht an die nage daran gedacht jawohl der geht nicht aber die nein kein tor wird gemacht wenn ich wenn ich aufs man da habe ich mal den kevin in meinem team dafür der ultra gamer ist jetzt schwitzig rein was machst du ja das war taktik junge ja danke seht ihr alles taktik was ist mit diesem ball los alles taktik sag ich doch er kommt da hätte dieser ball ist ja wirklich verrückt heute der feuerball der fc ingolstadt gegen fc german let's play ja wir brauchen einen besseren namen der ball der ist einfach und der und feiern ja damals haben uns so lange ersehnten fortsetzung von edel's let's play fifa 15 tavis on feier der ball heißt ja gerettet der ball hockt einfach auf heißen kohlen ich kam da nicht dran der war zu weit oben danke dass du mich hochgeschlägen dass du mir hochgeholfen wie lange will ich einfach ein tor brauchen und du willst wirklich 20 tore als limit haben nein nein es sind nur noch fünf minuten ach wo und 20 tore als ja der jungs nein nein der skywalker macht hier alle tore äh was ich hab zwei gemacht auch komm warte kurz komm jetzt kurz aufschauen alter was war das jetzt bin ich wieder du idiot wegen dir sind wir ein tor hinten ja ich schau grad nach ein tor hinten ein tor mehr hinten nein schuss das gibt's doch nicht wir haben halt die richtige taktik ihr habt gar keine taktik doch überreden die fahr ich bleib immer hinten und der nein weg damit wir haben eine taktik ich bleib hinten ok ich bleib hin deutschland gegen brasilien na warte jetzt kommt aber das comeback comeback? was für ein comeback? von german let's play team na 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 wir spielen jetzt mal na ja der kevin hat ein tor geschossen ne hat er nicht das waren wir ja ja aber es stand kevin dran aber da ist es nicht schade so naja ah los und und wie viel verwettest du dies weil das dies doch schaffe gar nix ach so weil du eisst hast dass wir es gewinnen können nein ihr seid einfach nur schlecht ja genau aber wenn ihr so wollt 10 euro wieso wieso 10 euro 10 euro gibst du wenn wir gewinnen ja ok wir müssen uns irgendwie nein 20 euro 20 euro setzt ele oh ich setz 10 15 für jeden ja das comeback ja das comeback ja das comeback unseres glücks wir haben die 30 auf ein tor gesetzt ja habt ihr ja auch ne wenn ihr noch gewinnt dann zahle ich die 10 euro ja ja jawohl was nein er war schon drinnen davor nur wenn das spiel sagt er war drinnen dann war er auch drinnen ja der war knapp schul die latte immer diese scheiß latte ah was machst du kevin fliegt mir doch noch der ins tor nein nein ja der war erst drinnen ich möchte ein video überweilen ja den kannst du in meiner folge sehen niemand will er in der folge sehen aber der war drinnen der war drinnen ja unglaublich es werden wir hier schon um Tore bedrohen ja die haben doch recht da war wieder der alte schuss nicht im tor england style danke dass ihr nicht stoppen soll du schaffst ja wirklich gar nichts aaaaah Rick schafft endlich gar nichts einfach ja oh also 100 euro wenn ihr jetzt noch gewinnt 100 euro schnell wenn wir ne hex anschalten von mir aus auch 1000 Was soll das heißen in der anfangsrunde hab ich gewonnen mit edel zusammen da warst du aber mit mir Alleine kriegst du und mit anderen kriegst du nicht Und nächstes Tor Nein Eine Milliarde Euro wenn du jetzt nicht gewinnt Okay Schnell hack die Eine Million Ja Zwei Sekunden Zwei Sekunden für sieben Tore Jawohl Komm schon Noch eins Noch eine Sekunde Man auf dem Match natürlich gewesen So was jetzt Wollen wir doch mal spielen oder Eine Runde Was ist das Kleines Volleyball Oh okay Wart mal kurz Oh Gott das wird schlimm Aber nicht mit dem Ball Nicht Nee Das Der Durst ja dann genauso wie im letzten Spiel Achso ja stimmt Es gibt keinen kleinen Runden Ball Ja aber nicht dass er so Nicht der Feuerball Der Alle springen so rum FC Wie Tuchul Genau Wo kommt der her Wie Tuchul Keine Ahnung Rumänisch Ja was kann ich still dafür Wenn ich im rumänischen Fußball Club spiele Da kann das ja nichts werden Inter Mailand Rumänien Die haben so ein Trikot Ach Chelsea Ihr seid Inter Mailand Jetzt Jetzt brauchen wir Wolleball Vereine Wo sind eigentlich die Spieler hin Sind geflüchtet von mir Mal sehen Ich bin noch drin Alle sind geflüchtet von mir Jetzt kommen hier die Polacken Die bescheißen auch mal gerne um ein Tor Okay Äh ja Spielen hier nur Frauen Im Volleyball Mal sehen Deutsche Meisterschaften Vom Volleyballverband Da steht doch bestimmt irgendwas an Clubs drin Hey Brick Achso ich bin rot Achso geht los Ja schon längst Nein es ist noch warm up Erzähl doch kein Mist Das Stream Team Wer Ja wie Hey so war es ja auch vorhin Ja Ja wir sind immer im gleichen Team irgendwie im Volleyball Ne dann nochmal von vorne Och Och Ich bin draußen Der Wallhackman Ja jetzt ab geht's Übrigens du kannst jetzt auch einstellen Mach los Oh ich bin Admin Och los geht's los Dann sag ich mal Ich nehme Wen nehme ich in mein Team Nein wenn random Achso Random Passiert nichts Weil ich schon die Tor Weil ich schon random gedrückt habe Deshalb Auf los geht's los Hallo Achso Start game Was ist jetzt eigentlich eingestellt Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet Ah 20 und 5 Minuten Oh Gott Scheiße 5 Minuten weg da Oho Nein Wir haben schon voll längst die 20 gekriegt Hast du das letzte Volleyballspiel nicht gesehen Stimmt Die Einschirmung wurde zurückgesetzt Mist Ja jetzt Komm Also Score Limit 20 Timelimit 3 Minuten Jetzt Was 3 Minuten Und Go Und Ja Ich bleib hinten Nein Es geht wieder Junge da bleib ich einmal hinten hier Wie du einfach außerhalb des Feldes dann warst Ich bleib vorne Ja Das ist können Letztes mal war es genauso Ja Da sieht man ja was passiert ist Ja Wir müssen wieder reinkommen Ja Besser nicht Nee Leon Skywalker Nein Rick du bleib vorne Ja Ich bleib vorne So Den hab ich Ja da wirklich Einmal im Leben So Den hab ich Den hab ich Nicht So lange kein Tor gemacht Vor mit dir Ah So Nein Ich dachte du bleibst hinten Wenn du dich nicht bewegst Ja was Mann Das war ein Zuspieler Das war doch kein Zuspieler Das sehe ich doch nicht Ja du nicht aber ich Ja wenn du mir davon nichts sagst Weiß ich denn wissen dass das ein Zuspieler ist Das war ein Zuspieler So jetzt bleib ich mal vorne Man merktasi Man merkt das Das war ein Zuspieler Rick wir sind auch unkoordiniert besser ja man ich habe ja dieses spiel als ich bin dazu schlechteren den habe ich den habe ich du hast ihn da sagt mir das doch früher was soll das denn heißen wenn man mir zu spät sagt dass ich bin schau mal auf die punkte brigg ja ich weiß das war ja ich mal wieder alles stell du dich vorne in die ecke vorne in die ecke habe ich gesagt ich stehe doch in der ecke dann ist gut oder auch nicht nur weil du dich bewegt hast bringt ja brigg keine sorge den habe ich was soll sie das denn keine sorge habe ich in die ecke mit dir super gemacht brigg du musst vorne blocken ja nein nein dieses spiel hast du ja ich block ja schon was war das denn du hast nicht geblockt irgendwie konnte ich den blocken wenn der bei hinter mir war ich glaube du verstehst das konzept von blocken noch nicht so ganz oder du oder du was war das denn dein fehler du bist nicht nach vorne gegangen das war jetzt aber wirklich nicht warum war das mal ich war vorne du hast mich geblockt wie habe ich dich geblockt du warst ganz woanders und ich bin sogar dritter ich bin besser als kevin ich hab drei tore gemacht brigg such du mal den ball aus ähh wie wollen wir wirklich noch mal einfach ball auswählen keine sorge wie ich schalte schon das stadion um du hast null tore in wollen wir wirklich noch eine runde wollen wir wirklich noch eine runde mir scheißegal brigg schalt mal um erstmal kann hier wir kommen alle fußball ähm mit skywalker wo kann ich den ball wählen ach so da ball nehmen wir mal äh was was ist möglichst dämlich ein grüner den gab es grün sagen wir mal den hier genau die team glp gegen west ingerstadt ne dieses team aus rumänien hinter mailand keine sorge keine sorge nele tüß mach mal wieder ok ja so wie gerade eben ja super gut ja dann los scheiße los prick so ähm ich krieg noch einen mitspieler ja soll das heißen jetzt ist also noch ein warm-up wollen wir nicht mal 3 gegen 1 machen ja ok moment hey nicht das 3 gegen 1 ja ich mein das andere so ok alle gegen fifa ihr habt ihr habt frick im team ich bleib im tor ich bleib im tor junge ich bleib auch ich geh ins mittelfeld und du haust einfach rein haut beide einfach rein haut beide einfach rein wenn der ball nicht hier ist ja ist er zählst dich vorwärts frick vereintet das tor rick geht einmal weg ja ich mach ja ich hab ein tor geschossen nein das war ich nein ich hab das tor da steht es doch eindeutig rick hast du nicht eigentlich das spiel vorgeschlagen in rds guck ja ich hab das noch nicht gespielt davor ich kenn das nur wegen gronk du machst auch alles gronk nach oder ja genau gronk mach ich alles nach ich mach einfach zwei von drei toren ja aha da hat frick zugegeben hä er hat ja ein tor gemacht frick wow doch das eine tor war von mir die anderen waren von einde was sie hat ja ein tor geschossen das lag an euch ich war ganz woanders das alle in einem team wir könnten das ja gleich machen wir bestellen die lobby auf öffentlich und wir fehlen gegen alle anderen ja das wäre irgendwie lustig glaube ich wenn wir einfach so ein öffentliches spiel hätten dann kommt auf einmal gronk rein ihr seid auch so unfähig wer sagt der richtige ja ich hab nichts damit zu tun gehabt als einziger ja weil du nicht mitgemacht hast wow ja das war auch gut so komm sessi den mach mal was macht ihr was macht ihr was macht ihr Tore hau raus sessi ok ok dieser popel der riecht so auf der kann irgend so gewinnen noch ja wenn du nichts machst ja was soll ich denn machen wenn ich was mache dann ist es hier immer falsch lass das selbst ohne edel kriegen wir es nicht hin was macht der kevin sag doch was soll das denn schieb ihn doch noch mal ins tor das sind meine verdienten punkte nein welche punkte ja das war ein punkt von dir ja wie der Rest ja ich hab fast alle Tore gemacht erstmal den Erwachsenen das machen so ja jetzt spielt doch mal er ist weggetrennt ja allein kann ichs besser allein kann ichs besser ja hat man gesehen ja die Mates waren einfach unfäh ah break break ich kann nicht spielen TOR ja gerettet wer hast gerettet was du aber nicht ähm wer hat's gerettet break weiß ich nicht ich hab's nicht gesehen ich war zu weit weg hauptsächlich steht Tatsache dass der Ball nicht weiter fehl äh nicht weiter rollen kann hier passt zu dir jawoll jawoll oh Gott was ist das dein Leben alle anderen gewinnen nur das beschreibt dein Leben ziemlich gut nein eh ne gewinnt eh ne gewinnt was macht ihr der Ball muss in die andere Richtung ach so ich gewinne der gewinnt wirklich ja ich bin man of the match das reicht mir ich hab gewonnen nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Okay, das noch. Erstes Tor gewinnt hier. Ja. Skywalker, ich will aber nicht bei Birk im Team sein. Zu spät. Oh Mann, nein. Oh Mann. Ach. Und dann machst du ein Tor. Und Attacke. Oh, Doki. Und Tora. Birk. Was? Wow. Was? Was denn? Und ich bin Zweiter. Bringt einfach von oben rein. Mach nochmal, bitte ohne Brick. Wir hören jetzt auf. Ja, okay. Vielleicht geht's dann besser. Also. Das war's dann von Hedgegoals. Und wir sehen uns dann, dass... Nein, mach's noch nicht. Was? Wir haben hier noch ein Spiel. Hä, wieso ohne mich? Jetzt spielen die einfach. Nein, gleich spielst du gegen Brick. Okay. Nein. Jetzt bin ich zu dir. Nein. Ich mach da nicht mit. Und wer? Auf jeden Fall. Schau. Tschüss du. Schau.